Wir machen aber natürlich weiter. Ich hoffe, es geht jetzt auch bei dem Level weiter. Ripper Row? Nein! Oh, was habe ich jetzt denn gemacht? Nein! Wir müssen jetzt den Boss nochmal machen. Ist das dein Ernst? Wir müssen tatsächlich den Boss nochmal machen. Das ist doch schlecht. Ach man ey, wir wissen jetzt, wie es geht. Wenn wir nochmal so ein Glück hier haben, wie viele haben wir jetzt? 4! Ach man, das schatten wir doch nie. Können wir uns das echt nochmal machen? Das ist doch echt schlecht. Ja, guck mal, haben wir doch schon einmal gewischt. Wunderbar. Das ist doch echt mal so. So, wir können mal da hier weiter. Einfach... Oh ja, da hat es uns erwischt. Ach guck mal, wir müssen hier nur noch einmal treffen. Ist doch easy. Und da haben wir schon. Wieso nicht gleich so, ne? Ich verstehe das nicht. So, nochmal ein Schlückchen vom Energy Drink. So. Ja, da sind wir wieder. The Lost City. Serious ist das echt, ey. Oh man, wie ich es hasse, dieses Level jetzt schon, ey. Hey, was ist denn das mit den Viechern hier? So, jetzt können wir uns schon wieder Leben sammeln. Oh ja, da geht's wieder ab. So, diesmal werden wir uns wohl schaffen, oder nicht? Hier, Fleder, mal so runter. Diesmal riskieren wir hier nix. Na, da war es gerade ausgesprochen. Ist ja noch was? Nö. So. Wir warten. So, weiter. Checkpoint. Ganz mit der Ruhe jetzt hier. So, die können wir uns doch irgendwie holen. Komm schon. Jetzt habe ich die noch weggeschleudert. Mist. Egal. Wir hätten eh nicht alle gekriegt. Oh, Mama. So, kurz Fleder, mal vor mir fliegen lassen. Und rüber. Hm, ja. Oh ja, das war mal ein cooler Trick. Oh, ein Rumpel-Rumpel-Laufen. So, wir haben das Vieh kaputschen hier rein. Zack. Und weiter. Mal weh, noch mal ganz kurz. Und da ist schneller lang als hinter Checkpoint. Oh, das Vieh schon wieder. Aber von oben. Zack. Hier durch. So, ja. Guck mal, diese Woche geht das doch viel, viel schneller und geschmeidiger. Ach. Viel geschmeidiger jetzt schon. Noch. Äh. 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 Richtig geschmeidig, ja. Total geschmeidig, Leute. Crash, komm, streng hier an. Auf, kann jetzt nur jetzt gucken, Crash. Boah. Bleh. Was ist hier denn hier los? Wo bin ich? So. Dip, 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 dip. Äh. 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 Wie ich das mache? Oh, ne, nicht das Spiel. Oh, ja. Oh, ja. Okay, jetzt das hier. Ach, was war das? es kommt wieder so viel und dann ist man leben hier hier war so viel ganz denn auch gleich für die schmocker so rüber 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 und die fiecher noch mal wo war der checkpoint zeig ihn mir es geht hier nicht mit rechtem zu wir haben noch 18 leben das ist ja noch nice wir kommen seit ewigkeiten weiter hier waren wir doch schon vor keine ahnung wie viel von stunden ach man komm schon mach ein dungeon man crash komm dein power power sandalen hier genau so jetzt kommt er wieder immer das bilder immer wieder auftauchen er sagt du wirst nie was da wieder mal rüber zack jetzt kommt er wieder zack und zack ja komm rüber komm rüber und ganz ganz schnell rüber ganz schnell ganz schnell zum check und näher nicht das schon das mag doch nicht wie machen wir das denn am besten ich habe keine ahnung ich habe doch keine ahnung vielleicht sollten wir einfach so da durchlaufen vielleicht ohne nachzudenken einfach da durch vielleicht klappt das ja wirklich am besten ich weiß es nicht das war es doch fast geklappt kann man hier nicht schnell laufen das ist das ging doch mal oder nicht oder geht das auf den zweiten Teil ich weiß es wirklich nicht so oh ja oh ja oh nein oh ja oh oh na da war ein checkpoint ja gut 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 wir haben es oh ja ich habe schon ein checkpoint eingebildet echt ach das kann doch alles nicht sein schaffen wir es mal und dann haben wir nicht eben noch 10 leben ich bilde mir schon Sachen ein nein 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 das kann doch alles nicht sein und ach ach kann hier unten stehen ach das habe ich auch mal nicht gepeilt meine Fresse so ist der irgendwie schneller oder so das geht hier ab so 1 2 3 und jetzt oh ja jetzt war da gleich so ein Vieh ne genau geht das hier runter nein gut so jetzt komm wir jetzt komm wir komm 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 und hab eigentlich hätte man da aufspringen müssen aber man soll es so was kommt da jetzt was kommt da Fledermäuse wie war es auch anders zu sagen zu denken ich muss mal es hier wieder so 3 3 und da ist es nicht das Bonus Level und jetzt kommt die Scheiße hier schon wieder okay ne ich möchte am liebsten hier meinen ganz ruhig das ist echt nicht mehr schön ich will nicht schon wieder ich will das schon endlich nur schaffen ich will es doch nur schaffen bitte ok so jetzt hier jetzt ganz ruhig ganz kann man nicht hin rauf ey da oben ist doch so was man auch rüberschreiten kann so komm schon ey warum geht er denn nicht da weg komm jetzt einfach durch hier nein nicht durch wir haben gleich verloren wir haben nicht mehr viel Leben wir haben gleich verloren wir haben nicht mehr viel Leben was haben wir hier noch ganz kurz jetzt ohhhh war das knapp war das knapp soll es jetzt aber komm das schaffen wir jetzt jetzt kommt mir dieses Drecksvieh hier ich bin das da auch rauf nein weg mit dir ey boah man wir haben nicht mehr viele Leben wir haben nicht mehr viele Leben wir haben nicht mehr viele Leben komm schon komm schon die fliegen noch mal ganz runter nein so jetzt komm her genau 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 oh yeah oh yeah können wir lassen sie ein Checkpoint sein komm komm schaffen wir doch auch jetzt hier und oh bleibt doch los stehen oh mama so wie machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt das geht dann ja rund schaffen wir das schaffen wir das ich weiß es nicht wie schaffen wir das wie schaffen wir das wie schaffen wir das ich will nicht sterben hepp 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 ok ha 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 ich sehe es schon kommen oh ja leben leben ich will leben oh 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 man das ist wieder so ein Drecksvieh ok ok das ist schon wieder heftig hier das ist heftig das ist heftig das ist heftig so oh oh auch geil so was mit denen er wartet auch nur für mich und gleich kommt er zu mir oder was oh oh Alter nein oh ich soll die echt weg gleich weg kommen Alter ich will alles sein lassen weg hier oh man ey das ist echt deftig ich würde sagen ich mache jetzt erstmal einen Cut mache hier Schluss für heute damit verabschiede ich mich erstmal hier bis zur nächsten Folge hier bei Crash Bandico mit euer Mr. Frico Ciao